Alles Gute Ihnen von der NBO. Endlich wird alles gut und ich meine das ernst und authentisch hier. Meme-Container Wir werden ja sehen. Kein Durchkommen möglich. Das im Hintergrund ist Count Basie, habe ich mir heute geholt. Geile 63er Doppel-LP, letztes Konzert im Sportpalast 63, Geil, Jazz ist auch geil. Zur Hölle mit euch. Ich bereite euch allen die Hölle auf, ihr mir niemals, nicht ansatzweise. Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt reicht es mir nämlich, jetzt platze ich, jetzt raste ich aus. Jetzt raste ich aus, jetzt reicht es mir, jetzt ist das Maß voll. Blablabla Blablabla Blablablablablabla In dem Sinne ... man wird mit mir zusammenarbeiten müssen bei der Justiz Auf Basis dieses Videos Jetzt ist die Tür sperrangelweit offen Dass man sich endlich mit mir authentisch führt Na los, zeig mich an Zeigt mich an wegen dem 130er. Telefon klingelt zwar, aber Leitung ist tot. Was hast du zum Geburtstag bekommen? Wie würdest du das zusammenfassen? Tja, von ganz originell bis eigentlich banal und geschmacklos. Die Mischung, eine Mischung ist es, eine gute Mischung von allem. Vergleichsweise sehr angenehme Mischung. Ja. Polizei, Hilfe! Wir werden bedroht, seit anderthalb Jahren. Und ihr vom verdammten Justiz- und Polizeiapparat funktioniert endlich mal. Und tut das nicht als Bagatelle oder ein dummer Jungen streichen ab. Staatsschutz, Staatsschutz, Staatsschutz. Batman, 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 Batman. Batman, 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 unser Superheld, der niemals auf die Schnauze fällt. Batman, Batman, Batman. Batman, 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 Batman Es steppt der lila Launebär, es lebe der Geschlechtsverkehr. Ich tue das alleine für meine Mutter, die sonst früher oder später an all dem zugrunde gehen würde. Nur aus diesem Grund. Wie es in mir aussieht, das ist meine Angelegenheit. Ja, wie ich mich dabei fühle, damit muss ich klarkommen. Wenn deine Matis nicht mehr spielen wollen, weil du nur tiltest. Ja, das bringt ja nichts. Zu 90 Prozent schreiben die Leute ja nur wieder gegen mich und bedrohen mich. Ja, da hast du auch recht. Deswegen verabschiede dich jetzt und wir machen jetzt aus. Das wird mir jetzt ja echt zu doof. Nun gut, ich bin ruhig. Dann unterhalte du die Leute ein bisschen. Nö, ich mach jetzt aus. Du kannst dich gerne noch verabschieden und ich mach jetzt aus. Das ist mir zu doof. Nö, ich halt mich zurück jetzt. Nö, ich mach jetzt aus. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Was sieht mir aber ich jetzt aus? Nö, brauchst du nicht. Nö, ich hab ja hier die Kerl nicht angemacht, damit die dich hier die ganze Zeit beleidigen und du dich triggern lässt. Ich lass mich nicht mehr triggern. Ich ignoriere das jetzt. Tust du ja nicht. Doch, doch, ich ignoriere das. Nö, machst du nicht. So, haut rein. Tschö. Na, das ist ja auch wieder hier mit der Kamera. Sehen Sie mich? Sehen Sie mich hier zum Literaturtalk? Sehen Sie mich? Kleinen Moment, bitte. Ich muss ein Fenster öffnen. Schalom. Träumen Sie gut, wenn Sie heute Nacht schlafen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume wegen mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.